freunde im baldur skate 3 braucht jeder einen schönen umhang und deswegen holen wir uns heute einen schönen umhang der 1 bis 4 säure schaden dazu gibt wenn wir von einem gegner getroffen werden und das ganze findet eben hier in akt 2 statt da könnt ihr einmal hier runter gehen und da ist das leichenhaus das ist der eine weg der geht hier lang es gibt noch einen geheimen eingang sozusagen den zeige ich euch aber auch gleich noch ihr könnt entweder also durch das leichenhaus hier gehen also hier auf der karte oder später den eingang den ich euch zeige der ist sogar noch ein bisschen leichter um nur den umhang zu holen und da gehen wir hier einmal zunächst mal durch leichenhaus durch machen wir erst mal den weg wenn wir durch leichenhaus nämlich hier durchgehen da gibt es hier noch ein paar secrets zu entdecken es gibt hier natürlich allerlei gift auf dem boden und das könnt ihr ausschalten indem hier die fallen quasi knackt hier hinten rechts das ist die tür da wo wir durch müssen das ist eine eisentür da gibt es hier auch einen schlüssel zu finden vor allem sind hier aber auch zwei hebel ihr könnt natürlich aber auch das schloss knacken das schloss ist allerdings ein 30er schloss also schon ordentlich schwierig zu knacken aber ist funktioniert teilweise auch viel leichter geht es aber natürlich mit den hebeln die könnt ihr dann einfach drücken hier an der seite ist einer und im hinteren raum im norden ist auch noch so ein hebel versteckt das heißt wenn wir diese hebel drücken dann sollte das eigentlich auch kein problem sein dann können wir nämlich ohne schloss knacken hier quasi diese eisentür öffnen der hebel der ist so ein bisschen schwierig zu sehen da muss man so ein bisschen rumdrehen immer hier alt drückt sieht man das aber ganz gut da hinten ist er nämlich da können wir dann nämlich einmal drücken und zack geht die tür auf wahrscheinlich aber auch nur wenn man den anderen hebel schon gedrückt hat also da noch mal beim raum im norden schauen da ist wirklich der hebel relativ offensichtlich ja dann gehen wir hier durch und hier kommen wir dann im nächsten abschnitt vorbei und da brauchen wir dann jemanden der nebelschritt oder weiten sprung hat lisa hat tatsächlich beides deswegen habe ich sie jetzt hier auch mitgenommen denn das ist ziemlich nützlich mit ihr kann man nämlich jetzt hier vorne an die klippe dran gehen und entsprechend einfach den sprung aktivieren gehen dann hier an die kante und können dann von hier aus rüber springen komplett und da hinten befindet sich halt die kiste mit dem umhang umhang ja immer geil weil wir natürlich immer ein umhang nummer zusätzlich dazu packen können die kiste ist auch relativ einfach zu knacken und der umhang gibt eben 1 bis 4 gift schaden wenn euch ein gegner trifft das ziemlich cool weil er dann direkt auch noch vergiftet ist wenn er den rettungswurf nicht schafft und deswegen ziehen wir den hier natürlich auch direkt erst mal an und packen den bei uns mit rein umhänge ja immer wirklich top denn die erweitern noch mal euren charakter und das ist schon ziemlich cool ja umhang der ableitung ist es tatsächlich nicht den hatte ich hier noch drin im gepäck den hatte ich eben irgendwann mal beim händler gekauft ich glaube im gasthaus zum licht da konnte man den glaube ich kaufen und umhänge nämlich persönlich immer direkt mit weil sie halt eben so cool sind weil sie einfach euch nochmal hoch pushen und vor allem sehen die leute auch cooler mit dem umhang aus das ist natürlich auch noch so ein kriterium auf jeden fall wenn ihr den umhang habt kommt ihr wieder raus indem wir quasi nebel schritt von hier unten hier nach hier drüben macht ich wollte euch jetzt noch den zweiten eingang zeigen ihr könnt jetzt hier natürlich auch runter gehen da unten ist noch ein ziemlich starker gegner ihn solltet ihr euch aber auch schnappen da kommen wir gleich noch zu geht aber erst mal hier komplett den weg durch und dann seht ihr am ende ja schon das licht vom tunnel da könnt ihr nämlich rausgehen und das ist quasi der andere eingang also noch leichter als die leichenhalle da sind wir jetzt einmal durchgegangen unterirdisch sozusagen und sind jetzt hier hinten am strand raus gekommen vielleicht erinnert ihr euch hier an diese krabbenmenschen ich zeige es euch aber auch noch mal auf der karte falls ihr lieber diesen weg nehmen wollt dann gucken wir uns das gerade nämlich noch mal an da sind wir nämlich hier hinten oben rechts in der ecke da genau sind wir und da ist dann auch der eingang und ja das passt dann schon geht aber auf jeden fall noch mal zurück unbedingt in die höhle und in der höhle macht ihr eben hier unten nochmal den boss platz mit ein bisschen schleim kämpft der gegen euch aber es ist eigentlich relativ simpel ich würde euch empfehlen dass drei leute einfach oben stehen bleiben und einer kurz runter geht um die an lockt sollte eigentlich funktionieren und hier gibt es noch den schutzanzug der gibt euch gegen nekrotischen schaden seit ihr resistent und hat auch eine relativ hohe rüstungsklasse ist also auch eine coole sache könnt ihr entweder verkaufen oder auch nutzen ich behalte solche sachen meistens immer falls ich mal ein gebiet komme wo man eben ja solche resistenzen braucht ja leute das war's für das video danke fürs zuschauen euch noch viel spaß im baldos gate 3 macht's gut adios und ciao